Die habe ich schon halb nicht gegessen. Ne, da warst du scheinbar gerade nicht da. Nein, das wird es gewesen sein, aber das schmeckt mir immer besser in letzter Zeit, die Schinkenpyrus. Es ist mein Räder, siehst du das, das ist der Stillpiercer vom Jäger. Die ladet sie automatisch nach, wenn du vier präzise Klänge hast. Jetzt wird das Magazin wieder aufgefüllt. Ja, wer kommt denn da? Ja, die Ice Queen. Grüß dich. Du musst bloß die Geduld und Ruhe haben bei der Knarre, dass du dann einen präzisen Kill machst. Dann kannst du zwar aufeinander drüber, André, aber auch ausrüsten kannst du das nicht. Das ist cool. Das ist nett. Grüß dich. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Komm, versteck dich. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.